ich sehe die laufen hier kommt der nächste zu uns hat mich nicht gesehen ist nach rechts weiter gehüpft läuft jetzt hier hoch beide auf 60 diese gehen jetzt gleich zu dem fachturm die schleichen sich an ja ja wachturm raum einer vorne habe ich gesehen ja 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 wo ist der andere auch da irgendwo die waren beide sehr close beieinander als ob es am wachpunkt der letzte ist denn nicht gestoppt So ne Mauer Ecke da Ach doch, hab ich sehen Ich hab sogar Freischuss-Welt Wie ist das, Franz? Nice Ausgenockt, oder? Ja Das ist sein Kollege Das muss auch da irgendwo sein, wir warten mal Kurz Kriegen wir uns, oder? Der ist tot Ich weiß nicht, wo sein Kollege ist Aber müssen 10 Sekunden Somit Nicht schön Close am Compound hier irgendwo bei uns Ne, weiter hinter Ja? Ja, da wo ich gerade quasi reinlaufen will Wo der Marker ist Direkt vor uns, was sein eigentlich? Der ist direkt vor mir aus dem Baum Läuft gerade runter Ja Stein Oh Mann Der ist noch Kann das sein Noch einer, noch einer rechts am Stein Am kleinen Stein Atme hin Schön Oh, den hab ich gut erwischt Ganz unten, was war's? Von Formel 90, 105 Und lass uns auch direkt da hin Da Geht ganz hinten, welche laufen Aber 30 Was? Luzon Wieso trifft die AWM nicht? Ich hab total Freis Sichtfeld Ne Zwei Schüsse Halt 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 Der Halle ist was? Aufmerksam Wo? Da wer im hinter Wo? Weiter weg Ich komm mal in deine Richtung Wir müssen in der Zone spielen Hier links unten war glaub ich was am Compound Ich bin mir nicht sicher Du so am Compound Und hinten an der Halle muss auf jeden Fall was sein Da war nämlich einer Ja Stande der Blue Zone Da läuft was rechts Blue Zone Ah siehst du den? Hörst du? Gehört hab ich ihn sehen noch nicht Der ist am Stein glaub ich 115 würd ich sagen Ne Unten am Baum 95 Oh was? Der ist tot Ne, der ist auch nicht Close, close Alika braucht mich sehen Hab ihn? Nice Der wurde aber angeschossen von wem? Von der Halle Läuft grad zur Halle 170 ist einer Der liegt da Ich treff den nicht Hab ihn einmal getroffen In der Halle einer Einer hier rechts bei uns am Raum Beim Airdrop Eine in der Halle Ein 1-2er Team Noch einer 190 Am Stein Am Stein 30 Minuten Einer ganz hinten am Baum Einer Halle Uhhh Der Halle ist eigentlich ja die ganze Zeit da Halle hat einen One-Shot Halle Ich weiß noch nicht Ich weiß noch nicht ob links einer am Baum noch ist Oder ob der das in der Halle ist Wer ist direkt an den Barrels Hi Mann Der Korn in der Halle Mitten in der Halle ist er Ich seh den nicht von meiner Seite aus Kann ich dich smoken? Ja Oh nein das ist der Richtige Oh oh Ah ist jetzt seh ihn Ja Er hat 5 oder 6 Leute angeschossen Ja Aber das hilft ja nicht Ich liegt da Ja ich weiß Noch ein Hit Der ist weg Jawohl Einer lebt Ja Links war einer und da vorne am Stein war einer Ich weiß nicht welcher noch lebt Das ist wahrscheinlich der rechts am Stein Ja ja kommt Close bei dir Steps Ja ja Pass hin Jetzt hab ich völlig Den ECR Oh ja Der scheiß auch schon welche Ich die Pfanne Oh Auf den End oder so? Nein ich hab gar nichts mehr Aber er muss zu mir Ja er muss weg vom Stein Er muss wahrscheinlich vor den Stein Schätz ich mal Ja Heils ich Einer Ein BOOM!